Ich habe eine Bilder mit Wasserrutschen gemalt. Ich habe einen Menschen aus Haus gezeichnet. Ich habe zwei Lego-Steine gemalt zum Wohnen. Ich habe ein Haus gemalt und in meinem Garten ist ein Hund und ein Hase. Und ich habe einen Robot gezeichnet, der schaut witzig aus. Ich möchte ein Haus mit vielen Tieren haben. Und am meisten sollen Hunde sein, auch Katzen, alle Tiere. Fußballer, weil Borussia Dortmund, FC Barcelona, weil man da viel Geld verdienen kann und weil es meine Hobbys ist. Fußballstar und Techniker. Ich möchte irgendwann ein Schokobrunnen haben. Mit der Tiroler Sparkasse nehmen Träume Fahrt auf. Platziere auch du deinen Traum auf einem unserer Busse und gewinne dabei eines von drei VVT-Jahrestickets. Jetzt mitmachen auf www.glaubandich.tirol